Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS9, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Irrngrab mit dem Babyflorea Einen wunderschönen Und ein weiterer Ball ist gepräst und übrigens nicht gewiggelt Und hat das automatische Auflaut wieder gelockt? Weil das zu früh leer geworden ist Natürlich dann so optimal Das ist die Moll Aha Ja, das ist ja auch schon. Das ist ja schon immer wieder. Oh mein Gott! so ist er denn da steht er direkt kommt er ist noch gar nicht fest so tanken wir wieder ab ich glaube so wie ich gerade gesehen habe ist der kleine steil hochfertig inzwischen den normalen storms jetzt kommt oder seine oben ja ein Eck ist noch muss er noch machen also vor allem auch die untere da die ja die macht jetzt die selbst im klaren dann macht er die Ahnung ist das auch super wow du weißt ja das sind unsere fassler und dann 22.000 Liter Nähpaar und gehen die Zubringer mehr geht ihr nicht reingehe aber ich habe trotzdem bloß 99 Prozent oh wow oben rechts steht 100 Prozent ganz ganz komisch sehr sehr mysteriös und und auf spießt ich komme mit ich nehme gleich mit und ich bin in 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 genau 444 Liter Wolle ein Problem genau ausgibt die Spiegel Nürnberg zu lesen die Führer der Sportstellung nicht mehr nein ich häng fest auch mal ja ist gut aber jetzt hat man den immer aufschließen können und dann mitnehmen können aber ging nicht So, dann nehmen wir jetzt den mit, dann machen wir nochmal 2 raus, dann haben wir nochmal eine kleine Garber Full. Jetzt werde ich 20 dreschen. 20? Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was drauf ist. Ja, das weiß nicht drauf. Ich glaube nicht, aber ich habe schon geschaut wegen Weizenfeldern und so weiter, aber ich glaube das war das einzige, die 19er, was noch mit Weizen gestückt war. Das war der Wien geschenkt. Das war der Wien. Das war der Wien. was gibt es immer das ist immer noch ein bisschen leicht vorne boah da wieder mal gut in die Federung vorne eieieiei ah da steh ich immer noch da drin so wenn wir mal Saku da auch hier so top dann haben wir noch mal einen Dünger von vorn dass die Augen immer weggängen da so dann fahren wir gleich rückwärts runter geht auch so jetzt gibt es noch das ist gut der kurzen Zeit nach vorne durchdrehen alter nur noch ich bin nur noch herum hätten warum ich bin nur noch kann man abtanken oder für Gülle allgemein abtanken nach dem Gülle die 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 Oh. die die 2 muss ich auch noch 20 Uhr und wir halten das muss zum Supermarkt oder ja normalerweise denke ich mal und sonst nur die Mission ist dann glaubt lassen wenn wir Geld kriegen wenn wir die 20 Uhr noch muss das Zeug von der 20 auch Supermarkt also dann da dann wenn wir die guten 16 Kuppe Weizen ab Drescher ist fast voll Drescher ist fast voll Drescher 53 von ah der hat 20 Tresh fertig gemacht glaub ich sogar kann gut sein oder 50 50 da mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was Komm schon, kleiner Steier, ich will dich unterschalten. Achso, du musst ja durch, äh, wo musst du denn, du glaubst, ne? Oh, da bist du eigentlich bloß in der Ebene, momentan. Nee, das fällt jetzt noch weg, Bergisch. Komm schon. Oh, da hat er schon, hat auch viel geschafft. Ja, voll. So. Oh, da ist man auch Tanki. der mutter so der ist leider so 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 viel Spaß LOL, unsere 2 großen Steine sind die einzigsten 2, die am Tag was kosten Also nur Nachbar Die Nullen müssen wir für die Fall was zahlen, gell? Für die Großen? Und warum für die Glornaider? Ich weiß nicht, für den Recht alles nix Nur für die 2 Vielleicht weil wir die nur vom Gerät gekauft haben Nein, ich kann auch nicht Wer hat denn der drin? 76 Ne, oh nimmer Es sind ohne 80, 50 Da, 75 Das wird ein Ja Guck mal hier Das ist immer ja Hä? Was ist denn das jetzt? Ja, schon wieder hier Ich bin nicht der Schwiegramsch, alter So Trifte Oh Nicht bewegen Alles gut Das muss ja alles zum gleichen Ding, oder? Äh, von? Ich bin nicht der Schwiegramsch Ich bin ja Mit Wunder, dass ich nachher kommt, bin aber jetzt gegangen Es muss auch nicht weiter Ich bin nicht der Schwiegramsch Rache aber die laufe ist ja noch nie ja da ist er ja lange haben wir sie nicht gesehen wir werden uns treffen jawohl davor hätte ich dich umziehen du bist genau in meinem auspuff 830 für die konkurrennung verein sehen sie sich wieder einfach alles ist der ding So... Ein paar Runde und dann verteilen wir mal wieder ab, beziehungsweise der Lohne. Und wie viel haben wir weggebracht? 72 Pfund bei 23. Aber ich glaube echt, dass das eine ganz knappe Sache wird mit der Mission. Ja, wir haben jetzt Stand heute Sonder, der Sub der Hälfte. Äh, und wir müssen, und das ist jetzt quasi die Folge für den nächsten Sonderstein. Und wir sind immer noch nicht fertig. Ja, kann gut sein. Jumai. Weiß gar nicht, wie viele Stunden haben wir eigentlich, ja, wie viele Folgen haben wir eigentlich so pro Tag immer. Weiß ich nicht. Ich glaube, einen Tag hält sie für zwei Wochen. Und den Dreh, glaube ich. Wie meinst du? Achso. Ja, eine Les-Tag, zwei Wochen Folgen. Also 14 Folgen, eine Les-Tag. Könnt hinkommen. Weiß ich nicht. Ja. Wir können diesen Dreh. Ja. Ja. Schönen Dreh. Ja. Wir werden beide an and anderen noch von... Ja ja. An and anderen noch von Bayhuben. Ja natürlich. So muss das doch. so, Ränder ich komme wieder, Kollege 40 km und wieder oh man in der Spotbremsung war's zu gute Bremsung der hat's auch weischt wir haben auch immer an der gleichen Stelle weischt naja natürlich das ist da bei der Kreuzungsehre oder im Kreis ok Greifverkehr achso bei mir ist meistens aber in der Kreuzung passiert oder da wo das ne in der Kreuzung ist relativ wenig los bei mir meistens ja bei mir ist da teilweise also ja jetzt schon auch schon länger nicht mehr aber da sind die immer auch rausgeschossen weil die siehst du halt nicht da fahren ja einfach raus und dann machst du zack und dann steckst du da drin ne bei mir nicht ich fahr da immer mitten in der Straße drin teilweise ja ok ok dann geht's natürlich auch ok komm das braucht das nicht nochmal das braucht er nur ewig ok 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 der stadt wird hier schon wieder leer der stadt wird hier schon wieder leer nur der haut hinaus bis zum gehen ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020